Hallo und willkommen zu unserem Videotraining GPS-Navigation mit Smartphone und Tablet. Mein Name ist Ernst Stede und ich werde Ihnen in diesem Lernkurs das GPS-System mit seinen zahlreichen Möglichkeiten zur Routenerstellung, Routenaufzeichnung, Nachbearbeitung und weiteren Anwendungsmöglichkeiten für Smartphone und den heimischen Computer in der Praxis näher bringen. Ganz kurz vorweg, in diesem Kurs geht es also um weit mehr als nur die Anwendung von Google Maps, wobei Sie hier natürlich auch zu Standardthemen wie diesem, von dem die meisten Leute sicher glauben schon alles zu wissen, sehr viel Neues erfahren werden. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen. Dank GPS finden wir uns mittlerweile in fast jeder fremden Stadt gut zurecht und werden darüber hinaus auch auf Restaurants, Hotels, die nächste Bushaltestelle oder andere interessante lokale Spots aufmerksam gemacht. In diesem Lernkurs werde ich Ihnen nicht nur praktische Programme und Apps jenseits von Google Maps vorstellen, sondern ich möchte Ihnen darüber hinaus auch hilfreiche Grundlagen und Praxiswissen vermitteln, das Ihnen ganz generell hilft, das GPS-System plus Smartphone bzw. Tablet optimal in der Praxis zu nutzen und Sie in die Lage versetzt, auch die etwas komplizierteren Aufgaben angehen zu können. Planen Sie Ihre nächste Wander- oder Radtour mit kostenlosen Tools detailliert im Voraus und lassen Sie sich später von Ihrem Smartphone oder Tablet lotsen, ohne Stress mit Kartenlesen oder Zeitverlust. Suchen Sie sich die schönsten Wege zu bestimmten Highlights oder Sehenswürdigkeiten und markieren Sie sich interessante oder wichtige Orte für spätere Besuche. Teilen Sie Routenvorschläge mit Freunden oder Mitreisenden, ideal für die Reiseplanung. Lassen Sie Ihre Route aufzeichnen, um hinterher sehen zu können, wo Sie überall gewesen sind und welche Strecken und Höhenmeter Sie zurückgelegt haben und machen Sie Ihre Lieblingswanderroute anderen Leuten zugänglich. Erstellen Sie Computeranimationen von Ihrer Route, ideal zum Beispiel für die Verwendung in Urlaubsfilmen. Diese und viele weitere spannende Themen werden wir in diesem Lernkurs behandeln. Im Folgenden finden Sie einige Ausschnitte aus dem Videotraining. Den Direktlink zum Bestellen finden Sie im Beschreibungstext zu diesem Video. Hier kann man jetzt eben eigene Karten speichern. Die werden im Google Drive gespeichert und die kann ich dann eben auch von meinem Smartphone aus über die Google Maps App ansehen. Und das ist natürlich ganz spannend. Ich möchte hier mal beispielhaft eine neue Karte erstellen. Und dann schlägt er mir logischerweise die kürzeste Route von hier unten von der Talstation hier rauf vor. Die möchte ich aber eigentlich gar nicht laufen. Ich würde natürlich gerne hier eine kleine Bergtour machen, die hier zum Beispiel über den Rotwandkopf läuft. Und jetzt schaue ich doch einfach mal, wie ich das verändern kann. Ich setze hier mal einen neuen Zwischenpunkt, Wegpunkt hinzufügen und den ziehe ich mir jetzt per Drag & Drop hier einfach mal auf die nahegelegenen Wanderwege. Und diese App ist kostenlos. Das war einer der weiteren Gründe, warum ich GPS Logger ausgesucht habe. So können Sie sich zunächst einmal, ohne Geld investieren zu müssen, mit dieser Materie vertraut machen. Ich starte jetzt GPS Logger. Und das erste, was wir sehen, ist natürlich der große blaue Button. Starte die Aufzeichnung. Und so einfach funktioniert das auch. Stellen Sie sich das vor, so wie bei einem alten Kassettenrekorder. Wahrzeichen dem Rocke Nublo. Und so auf den ersten Blick sieht das ja super aus. Wenn wir aber mal etwas genauer heranzoomen, dann sieht man zunächst einmal, hier unten bin ich ein bisschen im Kreis gefahren, habe hier irgendwelche Schleifen gedreht. Ganz einfach. Ich war vorher noch kurz im Supermarkt und an der Tankstelle und bin erst dann... Aber ich denke, das hier ist schon ein sehr guter Ausgangspunkt, denn hier brauchten wir jetzt nur noch die Strecke entlang schreiten und quasi hier den einen oder anderen Ausreißer noch anpassen. Zum Beispiel diesen Punkt hier, der wirklich außerhalb der Straße liegt, den schiebe ich einfach auf die Straße. Wenn ich jetzt in diesem Ort unterwegs bin und ich möchte zurück zu meinem Hotel, dann sehe ich natürlich zum einen, wo dieses Hotel ist. Wenn ich mich bewege, ich kann mich aber natürlich auch von der App direkt navigieren lassen. Dazu wähle ich dieses Lesezeichen auch wieder länger an, bis hier wieder dieses Feld aufpoppt. Und hier finden wir auch den Eintrag nach. Damit kann ich sofort eine Routennavigation zu meinem Hotel starten. Mich interessiert aber hier die Karte von Tokio. Ich klicke da einfach mal rein und jetzt in der groben Übersicht sieht das eigentlich schon mal recht vernünftig aus. Zoom ich jetzt aber näher rein. Dann kommt natürlich auch hier der Hinweis, damit ich hier irgendwas sehen kann, muss ich mir erst mal die Karte von der Präfektur Tokio herunterladen. Und das sollte ich sinnvollerweise machen, bevor ich in den Urlaub starte. Jetzt bin ich wieder in Basecamp. Hier hatte ich momentan noch eine andere Karte zur Ansicht ausgewählt. Wie wir schon gesehen haben, im Menü Karten kann ich die hier umschalten. Und jetzt schalte ich mal auf diese Bayernkarte um, die ich bereits installiert hatte. Und ja, jetzt sehen wir, dass wir hier eine sehr detailreiche Bayernkarte zur Verfügung haben, die sich optimal für Wanderungen oder Fahrradstreckenplanungen nutzen lässt. Ja, wie gesagt, möchte ich jetzt meine Route nochmal ein bisschen manipulieren. Und zwar möchte ich hier nicht durch diesen Ort durch, sondern ich möchte gerne hier auf diesem Weg laufen. Und dazu gäbe es, ja, vielleicht mehrere Möglichkeiten. Schauen wir uns erst mal eine an, dann lernen wir nämlich noch zwei Funktionen kennen. Das eine wäre die Möglichkeit, hier bestehende Punkte zu verschieben. Schauen wir uns das nochmal im Menü an. Werkzeuge, Punkt verschieben. M ist die Taste M, wie Englisch Move. Wenn ich das hier mal anwähle, dann kann ich schon bestehende Wegpunkte, so viele waren es ja gar nicht, zum Beispiel diesen hier, könnte ich jetzt verschieben. Und indem ich den Wegpunkt... Sehen Sie, da gibt es ganz viele Fotos, die von anderen Nutzern hochgeladen wurden zu Google und die man sich hier einfach angucken kann. Da kann man dann einfach hier auf so ein Foto klicken und sieht dann hier das Foto oder mehrere Fotos, die dann von dem jeweiligen User dort geschossen wurden. Und genau das ist das, was Sie natürlich jetzt mit Ihren Fotos auch machen können. Sie können die jetzt hochladen und dann eben... Hier zoome ich jetzt etwas mehr heran, als ich am Ende wirklich brauche, damit ich eben in meinem Videoschnittprogramm hinterher genügend Material habe, um an der passenden Stelle zu schneiden oder genügend Material für Überblendeffekte zur Verfügung habe.